Hey Leute! Willkommen zu einer Runde Jump League mit meinem Herzblatt hat Diana! Und weiter? Für die ich nur das Beste möchte und ich will nicht, dass hier irgendwas Böses geschieht. Was ist aber lieb von dir? Auf jeden Fall haben wir heute ein sehr ernstes Thema anzusprechen, aber jetzt bleibe ich ernst. Leute, ihr müsst wissen, wenn ich so mit Tatjana aufnehme, kann ich nicht ernst bleiben. Weil ich eben extrem witzig bin. Ja, das wird es sein. Auf jeden Fall habe ich gerade eine Kiste übersehen, irgendwo. Aber ich bin jetzt voll umzudrehen. Ähm, ne, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen wir in diesem Video über Suho 2 sprechen. Denn ich wollte eigentlich schon am Sonntag das Video aufnehmen, da war ich aber einfach 2 bin. Hätte fast geweint, weil ich stundenlang nichts hinbekommen habe und nicht unbedingt ein Video bringen wollte. Aber hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und deswegen ist Tatjana jetzt da. Nicht weil wir eigentlich schon so oder so aufnehmen wollen, nein. Sondern wegen Suho. Ja, weil ich der King bin, Leute. Was? Ich habe zu lachen, was war das, hä? Okay, sorry. Nein, aber jetzt mal Realtalk. Am Samstag oder so hat irgendwie jetzt ein Video hochgeladen, das Update-Video. Und wir wurden irgendwie immer so tausendmal gefragt, ob man jetzt wieder dabei ist oder nicht. Und wir konnten ja selbst nie eine Antwort geben, weil wir selbst keine genaue Ahnung hatten, was jetzt genau Sache sein wird. Und ja, durch das Video wissen wir jetzt alle ja ein bisschen mehr Bescheid. Also können die Leute, die das Video gesehen haben, sich ja schon denken, ob ich jetzt mit dabei bin oder nicht. Auf jeden Fall bin ich diesmal wieder mit dabei. Sehr spannend hier aufgebaut. Ich würde aber sagen, wenn ich wieder nicht dabei bin. Nein, aber man muss ja sowieso sagen, dass die erste Staffel sowieso so eine Teststaffel war und da ja nicht alles so super glatt gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Aber keine Ahnung, das ist ja immer so, wenn das so der erste Versuch ist mit etwas Neuem, dass es nicht direkt so perfekt laufen kann. Und dann gibt es da irgendwelche Dullis, die meinen, dass sie den Server dedossen müssen. Keine Ahnung, ich verstehe nicht, wie man so hobbylos sein kann. Nee, aber dann lief ja echt nicht alles so supi. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dass man jetzt wieder die Chance hat, damit dabei zu sein. Generell fand ich sowieso, dass das Projekt eigentlich mega cool war, weil man auch mit richtig vielen Leuten, so mit Jessie und sowas, ich habe fast gar keinen Kontakt mehr und dadurch hat man wieder voll viel Kontakt gehabt. Ich habe jeden Tag mit Jessie geschrieben und generell auch mit vielen anderen Leuten hat man wieder Kontakt bekommen. Das war mega cool. Deswegen mag ich das Projekt auch so gerne. Du, Tatjana? Ich mag es auch. Hat richtig Spaß gemacht, dabei zu sein und ja. Ja. Leute, ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich werde dieses Jahr, dieses Jahr moin. Das Projekt war ja auch erst letztes Jahr kaputt. Ja moin. Dieses Mal werde ich mich anstrengen und nicht wie so ein Dulli da am Anfang mich einbauen, weil ich Angst habe zu sterben. So und dann werde ich mir direkt gute Sachen holen, damit ich auch mehr Heal und sowas habe und ich dauernd Dombra anbetteln muss. Grüße gehen raus an ihn, dass er mir immer sein ganzes Heal gegeben hat und mein Leben gerettet hat. Alter, guck, jetzt läuft das viel besser mit dem Jump in Run. Du musst ihn ja fast schon mal tun. Du musst ihn ja fast schon mal tun. Und da war ich eine neue Aufnahme. Jetzt sind wir hier. Erstmal heulen. Ding Minecraft. Ich freue mich schon auf die Kommentare oder auf die Leute, die sich sehr freuen werden, dass ich wieder mit dabei bin und mir das richtig gönnen kann. Ich sehe echt schon die Kommentare so, ja, du hast das gar nicht verdient wegen Zander. Alter, oh mein Gott. Alter, ich habe drei Eisenbrustpanzer. Was soll ich mit so vielen? Digi weh, du springst ins Ziel, ne? Doch. Nein, du wartest auf mich. Ist gut für die Aufnahme. Klappe. Ja, dann kannst du das genau machen. Ah! Na, komm mal, jetzt springe ich ins Ziel, du Arsch. Wenn du das machst, dann bist du echt ein Troller. Grüße gehen raus an Fabi, der hat mich immer so genannt. Na, ein Ehemann habe ich mal gegoogelt, was das ist. Das sagt man zu älteren Frauen, die weiß ich was sind, habe ich mir in der Werde schon verdrängt, weil mich das so gekränkt hat, als Fabi mich so genannt hat. Troller, ey. Geil. Grüße gehen raus an Black Phoenix. Im süßen Spatz. Boah, was ist der letzte Sprung denn für Aids? Ich habe es verkackt. Ernsthaft. Weißt du was? Kennst du was, wenn du so Top and Run spielst? Das hatte ich gerade. Und dann kriegst du so ein Sprungnährchen und versuchst ihn tausendmal. Du merkst schon so innerlich, wie so die Aggressionen hochkommen und du am liebsten mit deiner Faust auf den Schreibtisch schauen möchtest. Ja, ich spiel mich öfter, des öfteren Jump League. Ohne Witz. Das hatte ich gerade echt. Bring von der Leiter, dass du da nicht rumspringen musst. Sorry. Ähm. Ja. Geh mich dann mal kurz umbringen, ne? Ja, passt rein, ciao. Ciao. Ich will weinen. Oh. Hättest du das jetzt verkackt? Ne, ich hätte echt geweint. Ich spiele das Spiel den ganzen Tag. Also, ne, es sollte eigentlich klappen. So, Leute. Das passiert, wenn ihr keine Freunde habt. Dann spielt ihr einfach den ganzen Tag Jump League. Ja, genau. Und endet so wie Tatjana. Also, falls ihr schon immer mal erster in Jump League sein wolltet, dann... Ich bin nicht immer erster. Ah! Wie ein Bastard. Nein, Spaß. Keine bösen Wörter. In meinem Video. Bei meinem. Die gewinnen das jetzt noch. Aua. Hast du gerade ich gesagt? Wir. Ja, aber ich würde sagen, aber... Mann, er hat ein halbes Herz! Ja, weil du nicht... ...wir gesagt hast. Hm. Was sind dir? Ey, gib mal, kauf den Tablet. Nö. Hast du ein Eisen? Ne, aber ich habe ein Learshot für dich. Boah. Boah. Okay, dann doch. Gib mal deinen Enchanter, du geiles. Hä, woher soll ich einen Enchanter haben? Weil ich zaubern kann. Jetzt wird der zerstört! Oh, hi. Ja, okay. Ja, ich dachte, der Typ ist auf einmal in mir, weil du wolltest verzaubern und da habe ich nur gesehen... Ja, wäre ein bisschen komisch, wenn du in mir wärst. Also... Warum? Ja. Ja, ja, ja. Bist du... Bist du ein True-Typ? Ne, ich bin... Du bist jahrelang belogen. Jahrelang belogen! Tausendmal belogen! Mann! Kannst du ihm mal entgegenlaufen? Wo bist du überhaupt? Okay, ich komme aus. Oh. Er ist die ganze Zeit um das scheiß Haus gelaufen. Ich bin wie so ein Bob einfach die ganze Zeit hinterher gerannt. Oh, danke. Bitteschön. Unter uns. Renn in den Tod! Wuh! Pah! Ja, das wird eine easy Runde. Oh, ich krasse bin. Nein, ich bin cool. Okay. Nein, ich bin cool. Eigentlich wollte ich auch krass sagen, aber irgendwie ging meinem Kopf was anderes ab. Habt ihr schon mal so krass Hits kassiert? Das hoffe ich nicht für euch. Ähm. Mann. Guck, das Ding ist, ich bin so brainer auf Cut und dann laber ich nur Scheiße. Erst recht, wenn du im Channel bist. Ey, dann cut's doch einfach raus. Ja! Dann kann ich das ganze Video rauscutten. Du machst ja so komische Videos, so ganz normale. Das ist ja langweilig. Äh. Ey, ich wollte gerade den Road machen. Chill doch mal. Geh doch weg. Hä, geh du doch weg. Mann! Du! Ey, sag mal! Alter, ich schlag dich gleich. Ne, du schlagst mich jetzt nicht. Geh weg. Mann, du bist so ein Arschloch. Guck, Leute, mit sowas muss ich mich ja abgeben. Alter, du hast mich gefragt. Du hast mich die letzten Tage gefragt. Ja. Sagst du, okay. Ja. Ist das jetzt in Rotheim oder nicht? Ja. Wuuuh! Ey. Okay, Leute, darauf erstmal ein Backflip. Und... Bam! Okay. Let's go zu den letzten. Lass mal trennen, damit wir ihn besser finden können. Weil sonst... Okay. Treffe ich noch dich auf den Kompass. Okay. Ah, ich hab ihn gefunden. Ist er im Haus oder außerhalb? Nee, außerhalb. Komm, wir umzingeln ihn jetzt. Lass ihn jetzt nicht da durchlaufen. Gut. Oh. Super! Alter, ihn, Junge! Ja, tödt mich du jetzt? Tödt du mich jetzt? Geil. Danach töd ich dich? Hä? Und dann tödst du mich nochmal? Weil dann haben wir beide einen Leben. Nein, wir machen jetzt so ganz normal weiter. Okay, okay. Hast du jetzt ein Diaschwert mittlerweile oder was ist das denn? Nee, Steinschwert. Verzauertes Steinschwert oder was? Ja, genau. Hast du noch ein normales Steinschwert? Nee, aber ich kann dir auch was Zauertes geben. Okay. Es hat geleckt! Hä? Hat das bei dir auch geleckt? Also irgendwie so geruckelt? Also... Ich schwöre auf Pizza. Es hat nicht flüssig ge... Du ein Schiss. Junge. Tatjana. Jetzt sie hier... Wenn du klickst, wie du übrigens... Boah, bist du behindert oder was? Ah! Komm nicht rein! Du ekelige. Oha! Lass mich wenigstens essen. Essen, essen, essen! Boah, die Meta ist jetzt halbier zurück. Danke. Zwei Herzen. Dann bin ich soweit. Na ah. Mann, ich hab schon wieder zu viele Hits kassiert. Ne? Das ist meine Aufnahme, du... Okay. Erstmal beruhigen. Wo ist das? Okay. Komm. Jetzt komm! Ja, guck dich doch jetzt an! Ja, ich hab's doch gesehen! Ja, siehst du, das bist du! Ja, süß! Ja, siehst du! Okay, weil Leute... Hallo, komm auf meine Ebene! Leute, das war's mit dem Video. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut bei Tatjana vorbei, für schlechten Content. Tschüss Ja, tschau Okay Okay, tschau